Schön, dass ihr eingeschaltet habt, so ein Showdown mit dabei sind auch Moon und Boom. Hallo. Hallo. Moin. War da eine Pfote? Ja, für alle, die nicht wissen, was los ist, ich habe süße Katzenbegels gesehen und die haben süße Pfoten gehabt. Wieso? Die haben immer noch süße Pfoten. Die haben immer noch süße Pfoten. Die hatten bis innen noch süße Pfoten gehabt. Was ja danach passiert ist, wollt ihr nicht wissen. Hallo, Jumpy. Wer ist der Mano? Der war stolz. Hinweis. Hinweis, Hinweis. Wir haben einen Hinweis. Wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. Das werden wir so etwas nicht kennen. Bloodline Experience. Selber. Müssen nicht an. Was? Wo? Was? Mein Gott diese heim. Es ist einfach nur. Wo hängt dann irgendwie einen Umschlag? Ecne schlag um. Düdydydydydydydydydy... Schlau um? Den haben wir die Raum? Äh äh... Vielleicht... Doch. Ich möchte mich dazu nicht äußern oder mal gewann? ganz schön aufgedreht ist aufgedreht ja ich ja oh gott Oh Gott. Die Spinni ist hier. Spinni. Ich hole mal ihren kurzen Hinweis. Die eine wurde gerade selblich am Kopf geleckt. Die von der Mutter, die Katze. Dass der Kopf hin und her gewackelt ist. Da hat der Kopf abgefallen. Oh, ist das süß. Der Katz ist der Kopf abgefallen. Ach Mann. Der hat sich wohl nehmen wollen. Spinni. Killspeeder. Nein, 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 nein. Killspeeder. Da hat er draußen einfach ein paar Pfeilen hin. Dort bringt sie so nichts zu barrikadieren. Hey, was will die denn von mir auf einmal? Blödes Vieh. Die findet dich schmackhaft. Ja, ich will den hinteren decken. Da grafst du, suchen da irgendwas, damit ich schiefer zugehen kann. Aber hier liegt nix rum. Oh ne, da legst du dich immer mit der Spinne an. Da möchte ich nicht. Da geh ich. Das möchte ich nicht. Okay. Das geht. Warte, ich hab ne Bärenfalle. Die setze ich im Moment. Oh, schnell komm. Nee, spinne ich jetzt hier nicht. Ich hab sie voll jetzt hier. Das ist sehr gut gemacht. Es ist noch weiß. Ich weiß. Ich mach mal hier so Fallen hin, ne? Oder ist so ne Falle? Ja, müsst ihr Bänischen drücken. Ach so, lol. Genau, die Personen... Ich weiß nicht, wer daneben standen, dass nicht... Oh, wir schießen da. Nee, ich war da nie. Ähm. Ich hab hier ne Falle hin gemacht. Was? Ja, da steht einer. Oh Gott, Hilfe. Ist der tot? Nein. Ich weiß, wie der Kappe ist. Ich glaub, man ist weg. Weil, alle Fallen ausglöser, die ich ja echt so schön eingelegt hab. Oh, da ist einer durch meine Falle gelaufen. Da oben. Papi. Das tut. Ich hab noch ein. Mein Gott, Papi. Ich hab doch mal hier. Möcken. Das ist irgendwo. Einfach gegen Boxen. War nicht zu zweit. Also hier ist die... Ich hab die eine vollen Headshot... Hier steht einer. Wo? Mein Gott. Stimme. Komm, komm, runtergerannt. Ist unten drin. Mein Gott. Hab ich. Oh, nein. Ach. Ja, nee. Ist klar. Was ist denn? Ja, die liegt ja. Hast du jetzt nochmal eben die hier gelootet? Die, äh... Hat jemand nachgelooten? Nope. Okay, ich hab nur gelootet, die ich gekillt habe. Könnte ruhig gelooten. Beziehungsweise sollen wir eben kurz noch warten, bis vor den Hinweis... Dings haben, da haben wir nochmal Sekunde. Ja, ich wollte nur da oben die luten. Ja, da haben wir zwei noch. Oben längst sind jetzt gelootet. Wir räumen ja richtig ab. Das stimmt. Wenn da, wenn da wollte, könnt ihr den ja noch looten, den hab ich so auch mal kurz gelooten. Dann haben wir da oben eine weg. Wo liegt denn hier noch einer? Hier oben auf dem Ping. Hier oben. Den hab ich schon gelootet. Da nicht noch einer. Ja. Ja. Also... Ich geh davon aus, hier... Die haben wir hier links direkt über den Maul springen und dann raus. Ach, den hab ich noch nicht gelootet. Aber ist da hinten nicht noch einer? Nee, da sind nur zwei oben. Nee, der eine ist da irgendwie runtergelaufen. Marcel ist noch hinterher. Der eine ist da unten. Ach, den hab ich nicht gelootet. Genau, aber lass den gleich jetzt looten, wenn wir den Hinweis haben, die Sicht... Beziehungsweise, wenn ihr die Sicht genommen habt. Wenn ihr die Sicht genommen habt. Dann rück die Sicht, nehmen wir da wohl. Ich seh niemanden. Dann habt ihr hier noch Sicht, Loot. Dann können wir nach Dero. Irgendwo wurde aber schon geshootet, ne? Ein bisschen gefeiert. Ja. Ja, Richtung Dero. Dero. Ach, ja, natürlich. Ja, ja, ja. Ich will mal doppelt Schlag kriegen, bitte, ne? Da wird gefeiert. Da wird gefeiert. Ja, beruhigung. Ja, da sind Hunde, glaube ich, kurz Akku gehabt. Wenn ich das richtig gesehen hab, bin mir nicht sicher. Ich guck mal. Die haben von rechts... Ja, hier kommen Hunde angeschissen. Es sind zwei. Oh, nein. Krieg dich. Es sind drei. Äh, muss ich looten. Wo? Da hat's ja grad geguckt. Dort war ein Boss drin. Ach, sind drin. Hit. Haben gebanished. Ich guck mal rechts ein Klumpion. Ich versuch zumindest grad ein bisschen näher, um da ranzukommen. Ja, die sind alle hier vorne. Ah fuck, da hat sie... Da hat damage bekommen. Auf... Auf 45 sind die alle vorne im Coupon. Mhm. Wow, rot ist was. Mein Gott, hau doch ab, ey. Komm doch hier rein. Auf was rot ist was. Naja, ich muss grad nämlich im Hallen. Okay, einer ist hier und andere zwei sind die Richtung. Einer ist da. Einmal getroffen. Oben oder wo? Ja. Ja, einer hat nen Hit. Da wo ich genau markiert habe. Jetzt ist er da. Da am Fenster wieder. Irgendwo um auf dem Dach. Mein Gott, ich seh die. Keine Ahnung wo die sind. Um auf dem Dach. Hat zwei Hit abbekommen, die sind immer noch. Ja, klar. Kommt näher. Ich komm näher. Die kommen gepusht. Oh Gott. Ich bin tot. Gott. Um auf dem Dach. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich kann die keine Monie mehr. Oh. Oh. Es ist nur als durch化. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Es lebt keiner mehr. Okay. Mein Gott. Alter, Falter. Was ist das noch? Im Moment, wo ich auf Nachladen klicke, kommt der da um die Ecke. Boah, ich... Und ich hätte plötzlich keine Muni mehr. Ich hab nur auf den geschossen, aber... Ich hatte einfach keine Muni mehr. Okay, hier liegt auch noch einer. Okay. Kann man den looten? Ich nicht, aber wenn du Nachluten einherst... Ich glaub nicht. Achso, nee. Wo ist denn der eine gewesen, den du zuletzt gekillt hast jetzt? Äh, da. Ach, dann hab ich schon gelootet. Da sollten drei Stück sein. Eins... Einer ist hier drinnen. Zwei... Und einer ist... Leider liegt am Zaun. Ja, genau am Zaun. Ach, hier. Ich baum wenigstens bei Schlemmol. Ah, ich kann den nicht mehr looten. Dann haben wir beide schon den gelootet. Na, einen hatte ich gelootet gehabt von denen. Ja, hatte ich den. Dann sind die auch noch gut. Ja, dann holt euch mal den Hinweis da unten. Ich hab meinen schon... Guck mal grad, ob ich noch was Special finde. Oh ja. Hier hast du mal Geld. Äh... Ja, dann Port. Ja, raus, ne? Ähm, hier liegt noch Kohle. Was einer will. Ja, ich komm da mal kurz runter. Oh. 7 Dollar. Wie viel? Dann. 7 hatte ich gehabt. Okay, ich hatte 19. Ja, ist halt immer zwischen... Ich glaub zwischen 1 bis 25 oder so. Ja, wo ich dachte eigentlich, dass wär so das... quasi irgendwas dazwischen so. Und dann aber alle, die da hingehen haben, das Gleiche sozusagen. So, ne, ne. Was im Unterschied. So, ne, mal 10 oder 7 oder 18 oder was auch immer. Ich hab eins hatte ich aber auch noch nicht irgendwie. Ich weiß gar nicht, was der geringste ist. Ob ich hier von außerhalb eines der geringste ist. Oh, das ist ja nix mehr. Schön, schön. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Miau. Ich weiß gar nicht, wie viel hatten wir denn jetzt? In der Runde. Keine Ahnung, ein paar. Bestimmt 2 hatten wir da gehabt. Was? Ich hab noch 3 und muss noch 5 haben, ne? Habt ihr irgendwas zum Brennen? Ja. Hier musst du brennen? Ja. Ja. Geil. 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 Okay, dann haben wir sogar 6. 6 Hunter. So haben wir sogar 6. Okay. Geil. Schönen. So. Jetzt war mal ne schöne Runde wieder. Falls ihr gefallen habt, dann ist gerne ein Abo und euch natürlich nicht vergessen. Und morgen um 13 Uhr zu anschauen und wieder einschalten. интересen, tschüss. 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 Tschüss.